So und da mal herzlich willkommen zum gebufften RTL 2 Killer, meine Damen und Herren, mit dem neuen Skin, der mich auf sehr vielen Ebenen äußerst erregt. Das wird ein Fest. Wir spielen gegen Greyback und sein Survival Friends Team. Greyback, ganz alter Spieler, kenne ich noch von früher. Also, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, wer es ist, so öfters mal gespielt. Der Typ hat irgendwie 9.000 oder 10.000 Stunden oder so. Au. Ja, wird lustig. Das war der einzige Dwight neben mir, der noch mit einem Bloodletting-T-Shirt rumläuft. Warte mal. Ich gehe eigentlich davon aus, hier ist jemand. Ich weiß noch nicht wo. Oh, da habe ich es. Den. Hier kann ich sie ein bisschen abfangen damit. Zumindest leicht bezoned. Okay, also wenn ich einen Kill kriege, bin ich schon mal zufrieden. Ähm, ich habe einen Mori mit, by the way. Das ist ein Hit. Ja, weiß sie auch. So sicher war es gar nicht. Ähm, natürlich sieht das Mori anders aus mit dem neuen Skin. Aber das zeige ich euch. Warte, 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 sie kommt gleich. Ich kenne die Tricks. Fire. Jetzt hoffe ich, dass keiner von diesen Nerds hier ist. Ich sollte mich fokussieren auf eher die, ich sag mal, Schwächeren des Teams. Ich weiß nicht, ob die alle in einer Crew sind, aber die beiden Dwights auf jeden Fall zusammen. So, die sind Scratchmarks, das ist auf jeden Fall wer. Ah, guck mal. Nee, da wollte ich gar nicht hin, Alter. Ich wollte da hoch. Ach, verdammt. Warte mal, vielleicht passiert gerade eine Abhackung. Natürlich nicht. Die lassen sich alle Zeit der Welt. Ey, guck mal. Von dem neuen Perk, ne, der den Jen blockiert, wenn man einen Skillcheck verhaut. Die guten Spieler, die können das auch nicht. Scheinbar. Okay, da ist noch ruhig. Ah, zieht sie euch rein. Ja, warte. Hi, Jungs. Schön. Okay. Zumindest erst mal hier drei Leute beschäftigt gerade. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich nutze die Gelegenheit mal, um die Mauer hier zu zerbrechen. Oh. Okay. Ich so, die mal raus. Er kann das Fenster nehmen. Tut aber nicht. Guck mir nicht so an, Alter. So shaming. Oh, sie haben sich auch noch kurz vor Struggle State bekommen. Die kleinen Missgestalten, Alter. Das ist schon wieder das Level. Da krieg ich schon wieder... Blähungen, Alter, wenn ich das sehe. Ey, ich nehm dich, AC-Boy. Moin. Dead Hard. Ja, ist zumindest aus dem Weg. Schade. Ich hätte es durchziehen müssen. Falsche Seite. Der hat immerhin kein Dead Hard mehr. Der Jen war eh nicht mehr zu retten, von daher. Jetzt wird er bohren. Okay. Das ist weit. Ich glaube, der AC ist der einzige mit einer Taschenlampe. Ich weiß nicht. Breakout vielleicht. Schafft er aber nicht. Zwei Hooks schon mal. Oh, hier sind mehrere Leute. Warte mal. Ist ein Hit auf ihn. Ich muss mich ein bisschen hart konzentrieren, Alter. Sonst reißen wir dir noch mehr an den Hintern auf, als wahrscheinlich sowieso schon. Ist ein Hit auf Dwight. Ich blockiere immer die Palette als Fluchtrichtung. Okay, sind beide an der T-Wall. Dwight wahrscheinlich Borrowed Time. Oh, 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 oh. Das ist ein Dead Hard. Ja, mein Freund. Okay, drei Haken. Mein Jen ist blockiert. Ich habe leider keine anderen Perks. Sonst sähe das wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders aus, aber... Moment. Äh, okay. Hier ist jemand. Das war meine Fußschritte. Okay, da hinten ist, äh... Das Ace. Hat hier ein Longwall Jungle Gym. Das ist halt gegen die Typen absolut abgefuckt. Der hat noch Dead Hard. Deswegen schmeißt er nicht. Ja, er ist... Da war's. Uh, interessant. Pfff. Netter Bait. Okay, ich forse immerhin die Palette. Manchmal sind es die kleinen Sachen. Er hat immer noch seinen Perk, glaube ich, nicht verwendet. Sieht mich hier. Uh, sieht er nicht? Oder doch, hat er? Alright. Ich schätze mal, war er an dem Jen? Ich hoffe es einfach mal. Wir sind schon runter auf... Auf zwei. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das hier verteidigen kann. Sonst... Da sind die Jens so schnell gemacht. Es sind drei Leute aktiv hier. Warte. Wer ist hier? Oh, die Jill. Ich weiß nicht, wie gut die Jill ist. Aber... Oh, oh, oh. Oh, hier sind alle. Oh, das ist sehr gut. Okay, sie geht da hin zur Rettung. Wir müssen sich jetzt alle ein bisschen beeilen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe hier eine Übersicht. Ich habe eine ganz gute Position. Okay, da kommt Dwight. Ähm... Jill. Ich kann mir mal verwechseln. Keine Palette mehr. Wir sitzen am Jen. Greyback ist den retten gegangen. Okay. Ace ist tot am Haken. Beam mich mal hoch. Vielleicht, äh... Forst sieht das halt irgendwie ein Tape zu machen. Ja, ja, ja. Ich komme schon. Ich respektiere den Scheiß, Alter. Forst gar nicht versuchen. Okay. Er wird nicht auf... Warte mal. Er wird sowas von DS haben. Oh. Sehr gut. Ja, er geht in den Schrank. Das nützt mir gar nichts. Ich dachte nur, ich kann einen Hit auf ihn reinsemmeln. Okay. Moment. Folgendes. Äh... Ich täusche an und gehe dann rückwärts rein. Ja. Genau. Er springt nicht, sondern muss die Palette droppen. Sonst wäre der jetzt noch zweimal durchs Fenster gesprungen. Das ist ein Sieg für mich. Mehr oder weniger. Eher weniger. Okay. Ich muss den Jen verteidigen. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Leider. Leider gut genug. Er hat dead heart. Im letzten Sekunde... Hier ist jemand. Hat sowas von, sowas von. Kannst vergessen, Alter. Die sind nicht allein. Nie. Nie in so einer Situation. Schade. Kann man fast sagen, er hat es absichtlich gemacht, dass er da down gegangen ist. Ja, ja, ja. Das kann ich vergessen. Okay, okay. Wenn ich ihn jetzt down kriege, aber... Oh, schade. Das wäre fast was geworden. Dwight hat wahrscheinlich... Ähm... Unbreakable. Ja, da sind sie auf. Oh Gott, Alter. Die Jungs. Komm her. Einer von euch. Yes. Dead heart. Die Typen, Alter. No. Ihr gleiches Schweinchen hier. Pass auf. Die sind vollkommen gestört, Alter. Warum habt ihr alle auch so dicke Eier? Jetzt ein Dead heart. Ja, klar. Wie spielt man denn gegen sowas, Alter? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, it's right. Naja, immerhin. Aber das... Gibt es mir halt herzlich wenig. Warte mal. Nee, nee, nee. Weg. Okay, steht... Nee, steht... Oh Gott! Help! Hilft mir! Uff! Okay, ich kann den... Ich kann den kicken. Der ist halt so gut wie fertig, ne? Die Jill ist mit Sicherheit an dem anderen Gen. Ich muss ein Auge auf den... Auf den Kerl am Haken haben. Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Hey, ist... Tot. Und jetzt! Adrenalin! Nein! Ich krieg dich! Ja, ja. Oh, noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was ein Stress. Okay, komm her. Kann ich mir wenigstens das Morin zeigen. Da hinten sind schon Scratch Marks. Die hätten die Paletten gesaved. Alter, komplett gestört. Ja, okay. Ja, die sind raus. Das ist fein. Das ist fein. Das ist fein. Ich hab nicht mehr erwartet. Ich hab mir... Mit sechs... Sechs Haken quasi. Sechs... Äh, sechs Hookstates. Hab ich mich eigentlich ganz gut geschlagen dagegen. Holy hell. Dörts, Alter. Warum hab ich jetzt Killer Instinct? Ach so, wegen... Wegen, äh... Wegen dem Verfluchtheitsding. Ah, krieg ich jetzt aber nicht mehr. Okay, dankeschön. Appreciate it. Der zweite war auch, glaub ich, tot am Haken, ne? Der, der zweite. Der Kuro oder wie auch immer der heißt. Äh... Well, well, well. Okay, immerhin meine Challenge. So schlecht hab ich mich also nicht geschlagen. So. Aren't you... A bunch... Of nerds. Kein da easy? Ach, come on, Alter. Sei kein Schwanz. No? It... It's... Itadown? Don't cry? Das ist ja sad, Alter. Dass die nicht mehr den Joke verstehen. Scheinen irgendwie nicht so richtig die Freundlichsten zu sein. Vielleicht sind sie es einfach gewohnt, angeflamed zu werden. Aber... Aber... Das ist super... Ach so. Ach, come on, Alter. Warum nimmst du uns Nerds? Der Typ hat fucking 10.000 Stunden. Was ist denn das? Wenn ich ein Nerd... Holy shit, Alter. Nimm einen Stock aus dem Hintern. Das ist schade. Ich glaub, die sind geboten, angeflamed zu werden. Aber ich mein... Keine Ahnung. Sie könnten sie auch locker nehmen. Äh, ich hatte Fun. Sehr, sehr viel Interaktion. Geiles Game. Und gegen solche Survivor lernt man immer, was halt möglich ist. Und was sie machen. Und was man beim nächsten Mal besser machen kann. Also feier ich das auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.